Ich will das nicht mein Leben lang machen, aber im Moment ist es okay. Ich verdiene gut, es hilft mir beim Studium und ich lerne dabei Menschen kennen. Und sag mal, hast du auch nicht jemandem erzählt, dass... Nein, natürlich nicht. Komm schon. Niemandem? Nein. Sehr gut. Du lässt ja nichts anbrennen. Ich frag dich, wie viele Bräute schon hier waren. Die eine oder andere. Schönes Plätzchen. Du wolltest ja zuerst nicht kommen. Ich bevorzuge Hotels. Gute Wahl. Wohin gehst du? Gleich wieder da. Alles okay? Ich weiß nicht. Es ist so heiß hier. Ich meine, der Joint... Ich glaube, mir ist etwas schwindelig. Ich denke, ich fahre lieber nach Hause. Wir sind doch gerade erst gekommen. Ich bestelle mir jetzt ein Taxi. Kann ich... Dein Handy haben? Ich kriege keine... Kein Netz. Nein? Wozu das Ganze? Nein? 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 Vielen Dank.